Ah! Ha! Season Pass! 40 Euro! Ha! 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 Warten wir... Warten wir... Warten wir... Warten wir... New York. Die notwendigen Inhalte sind nicht installiert. Um auf diese Inhalte zuzugreifen, installieren Sie bitte New York. Was ist das hier? Expansion Pass. Erhält zwei Erweiterungspacks. Die neue Missionen, neue Schauplätze, neue Sch... Ja, deine Mutter. Neu, 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 neu. Ja, aber was? Hier steht nicht, was das bringt! Wir haben hier Hitman 2. Und es gibt 38 DLCs. Von Hitman 1, von Hitman 2, Game of the Year Edition. Dann gibt es einen Expansion Pass. Und es wird so schlecht... Das kann doch nicht sein, Alter! Und jetzt gibt es hier einen Expansion Pass für 40 Euro, wo einfach nur steht, ja, neue Mission, Alter! Hitman 2, New York, DLC. Dieses Produkt benötigt zum Spielen die Steam-Version des Hauptspiels Hitman 2. Ich kann es nicht kaufen. Ey, das sind aber dieselben Bilder, wie auf dem Expansion Pass. Hier! Das heißt, ich kann New York nur erlangen, indem ich 40 Euro für diesen Expansion Pass reinknalle. Ich kann mir das nicht separat holen. Und wenn ich hier auf Steam gehe, bei der Auflistung der DLCs, dann steht da auch einfach New York not available. Das ist doch dumm! Ich mach das jetzt. So, jetzt bin ich, äh, gespannt, ob New York jetzt verfügbar ist. Aha! Geht so ein Wachmann in den Raum, wo zwei Bankräuber sind und die sagen, kannst du bitte rausgehen, Allah! Season Pass, 40 Euro! Ah, ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ja, du nicht! Bankräuber! Moin! Oh, no! Oh, no, you don't! Es gibt irgendeine Akte, die sie braucht, die, die man jetzt finden kann, Allah? Oh, oh, oh! Warte, jetzt mach ich die mal raus. Kann ich jetzt rein? ehre so sicherheitsschlüsselkarte dann verkleiden wir uns einmal so ein typ aller damit zerstören wir mal die beweise wenn wir schon mal da sind so was ist das hier fehlende schlüsselkarte sonst könnte ich das öffnen hier ist es schließbar und da ist die tresor raumschlüsselkarte drin und die öffnet jetzt ja sollen der front hier mit meinem pulli ich will mich halt wegen mein scheiß pulli kündigen aller niemand beleidigt mein pulli oh leu hier ist ein fetter schacht kann ich die weggasen aller chloroformflasche vergiften chloroform böse klimaanlage einschalten oh shit oh ich kann hier das wasser vergiften wenn das hier schon so steht easy wusste ich eine sache fehlt noch muss ich sagen ich mache ich mache what happened what's going on here keine ahnung super ehre oh das passt ja gerade so gut oh ohohoho krass Musik 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 Musik